Ich stehste, du bist grün bestimmt. Ich seh die Form hier. Wie kann man denn nochmal Rundumsicht machen? Ah, da bist du. Wie geht denn Rundumsicht ohne den Turm zu drehen? Weiß ich auch nicht. Ich hab das nur schnell gemacht, dass der Turm nicht mehr hinterher kommt. Ja, ich glaub das geht auch gar nicht. Ähm... Soll ich den Sowjetraum. Ich dachte, was wäre alt, aber wenn ich jetzt alt drücke, dann fang der Chat. Wow, der Reichstag. Dann haben wir den gleichen Partner, ja. Habe ich auch 3F? Ja, eh doch. Räden rollen sie alle. Ich hab auch, ich hab auch den F. Hier so ein bisschen Ufa. Ja, der geht fest. Auf dem Punkt. Ich bin sehr schlau von mir. Was machst du da? Was machst du da? Scheiße. Ein Turm packt hier voll rum. Kritischer Treffer. Ein Gebiet wurde von 20 Truppen eingenommen. Der Fahrer wurde verwundet. Eieieiei. Oh shit. Ich... Ich... Ja, ich muss hier auch weg. Auf jeden Fall. Ich bin tot. Oh, toll. Kann sogar mein F halten, reparieren. Das ist richtig. Ja. Wir sind an der rechten Seite vom Reichstag. Ich habe eine Straßenbahn zerstört. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Eieieieiei... ...ah. Ein Kill. Das kam mir überraschend. Mein Tank wird bescheuert. Alter Scheiße. Das ist so kacke, Alter. Ich bin gleich tot. Ich wegen so ner scheiße Mulding gefisst. Ich komm zu dir. Ich brauch aber noch ein bisschen, du bist ja ganz schön weit schon vorausgefahren. Ich muss den erstmal hier beseitigen. Damit ich Ruhe hab hier, um mich zu reparieren. Scheiße, so krieg ich den aber nicht. Oh, da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr. Nimm irgendwie meine Kette zurücklassen. Bin gleich bei dir. Ich fahr jetzt hier durch den Reichstag. Eingang. Hä, die müssen doch direkt vor dir sein. Ja, sind sie auch. Ich seh sie nicht. Alter, uuuh. Jetzt bin ich gleich hinüber. Was ist denn für ein dickes Dägen, Jungen? Eieieiei. Die ein zerstört. Ja, ich bin tot. Aber naja, ich hab schon ein paar Mütter. So, wer nehm ich denn jetzt? Das war mein Panzer F. Ich würde ja gerne bei dir spawnen, aber das geht nicht. Liebst du noch? Ja. Okay, komm zu dir. Dieser Panzer wurde durch eine Holzlatte ins Schleudern gebracht. Ich dachte, das Spiel ist so realistisch. Oh. Nicht Stern. Ja, ich auch. Ich hab aber noch, äh... Ich hab noch drei geholt da an deiner Stelle. Sehr gut. Ich wurde von einem M8-Panzerzerstörer geworden. Weiß jetzt ich wie viel Meter getötet. Muss sagen, das sieht entscheidend besser aus bei mir. Ja. Jetzt sind wir ja aber hin. Jetzt hab ich hier diesen behinderten Panzerzerstörer. Jetzt sind hier auch noch zwei andere rechts vom Reichstag. Ja, ich weiß. Wo komm ich jetzt, glaub ich? Soll ich da hinfahren, trotzdem? Ja. Was dauert mit meinem Lahn-Panzerzerstörer? Ich bin tot. Scheiße. Die haben das jetzt auf dem Kicker, ey. Mhm. Boah, ist der Panzerzerstörer scheiße. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Ich seh dich. Oh, ich hab ihn getroffen. Hup! Aber haben wir so geschossen ohne... ...und das Kreuz. Diese Scheiße, jetzt ein bisschen extra. Da. Siehst du gefickt, Bastard? Ich seh' sie leider gar nicht. Oh, der ist doch schon tot. Er hat ja das andere mit so'n blöden Flaksch. Mhm. Aber der ist tot. Von hier auf gar nix ziehen, irgendwie. Scheiß Position. Ich bin zu dir. Das ist hier unbeschädigt. Ja, das ist behindert, ey. Ähm. Geht hier so nahe durch, kann ich nix sehen. Eieieieiei. Wer ich getroffen? Ja. Der ist ja halt an, du Spaß. Dranbleiben! Der Sieg ist greifbar! Der eine steht hier vorne in der Ecke, ey. Siehst du den da hinter dem... Das Rohr guckt sie da an. Wo? Zerstört. Ha! Ach so, der... Ich hab einen Kill, ey. Ich hab eine... ... Zusammenarbeit. Ich hab eineיי... Heiß ich hier gar nichts. Ja, ist er stört, ey. Der ist sogar erfolgreich. ich habe zwei mit dem komischen panzer zur störung er muss ein mega lang erzielen das ziel darf sich nicht bewegen weil die dinge ein diesen stein da unten der schießt 20 meter im himmel und droppt das unter noch eine abzeichen gekriegt laufwerk habe ich abgeschlossen gleisketten und panzerranasen ich kann jetzt meinen panzer j bestellen er kommt euch mehr durch richter antrieb schützrecht geschwindigkeit scheiße ich muss jetzt nämlich mal die besatzung panzer fähig schritt die gut modifikate im einsatz ja aber wo ist denn jetzt mein panzer j ich sehe den nirgends im einsatz so den j 1 jetzt schon er musste kaufen dann zu weisen ja habe ich ja aber panzer 2 c so ne will ich nicht ich will verfügbar ja was denn jetzt panzer rang zwei so bla 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 verfügbar ich habe keine ahnung was wir hier macht hast du nicht genug geld oben silber lines und ihn zu kaufen doch ich habe ihn ja gekauft ja und dann muss du unten aber erst jetzt drauf wenn ich jetzt unten auf einen draufklicken so da unten habe ich jetzt meine panzer 123 so ich will jetzt in einen austauschen gegen den ja dann machst du auf diese pfeile da ja aber da taucht er jetzt nicht drin auf ich kann den panzer 3 j 1 da wie er heißt auch gar nicht anklicken in dieser liste weg ich will auch kein panzer f4 f1 hast du da die filteroption vielleicht irgendwas an oder aus wenn du auf die falle klickst schick jetzt mein bild schickte drei bilder so schickte drei bilder über whatsapp kevinus ich kann nicht mal dieses luftwaffe her so du musst beim filter rang zwei anklicken heute gesagt erstes bild dill so gut angebe so ja es ist schon etwas konfus hier das stimmt wollen wir noch eine runde ja natürlich ja du mit einem neuen mit einem neuen bums da jetzt ein richtig dickes rohr sind noch nicht alle staffeln mit ihr bereit ja sekunde nasenäuter splitter muster 41 das kriegt er jetzt erstmal kosmetik da hast du heute ja schon einiges drüber gelernt also ich bin bereit lustig und was macht man denn wenn man vier leute hat und es geht nur drei in der staffel oder das plus ist beliebig von zehn leute der ganze server ein team diese kacken die hatte ich auch noch nicht glaube ich dass die barbe gespielt wurde zukunft dass der erste run wo ich irgendwie hinten rum bin und drei wir müssen den einstiegspunkt oben nehmen wie wähle ich denn hier den einstiegspunkt anklicken einfach anklicken dann wird er größer als der andere die fahne ja ist gut ich habe es verstanden und du bist du heider das war das lange rohrleger möchte ich kein wer sieht der doch ja dann hat auch gar nicht mal so ein lahm turm und auf jeden fall wesentlich schneller als der andere in den außen rum aber da sind schon die ersten kommt noch ein aus macht mir nicht mal meinen neuen panzer kaputt du schwein kommt er ziel unbestätigt was hast du vor einer bei mir auch zu weit weg hinter dem scheiß haus nun links ist noch einer der thou stubert m3 die ja 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 ich bin er ist da hinter dem haus ich kann ja nicht helfen hinterm aus ich wurde abgeworfen ich weiß auch immer dann direkt danach mit ihrer komischen lebt er immer noch kommt zu dir mit meinem kurschen so ein schisser Nein. Aber die knallen links und rechts und dauernd Granaten. Kein Durchschlag. Warum denn nicht? Pay to win. Der hat ja noch keinen Feuerlöscher hier. Meiner. Muss ich ja erst erforschen. Ja, ich weiß, dass der beschädigt wurde. Wenn du brennst, dann geht der danach kaputt. Ganz plan, bis nicht das Haus. Jetzt jagd dich wieder. Ich bin ein Gebiet von geistigen Trummen eingelogt. Mein Gebiet wurde von geistigen Trummen eingelogt. Oh, ja, Mann. Totale Bullshit. Feindliche Truppen vernichten. Kann gar nicht reparieren. Pass auf, der kommt ja immer noch hinter dem Haus. Hast du Ersatzteile schon erforscht für den Panzer? Nein. Dann kannst du auch nicht reparieren. Da ist er wieder. Ja. Ja, Stupo. Hochfall. Ziel unbeschädigt. Entschuldigung. So, Stupo, du bist jetzt wohl weg. Wat? Hä? Hat das nicht getroffen. Hat das nicht getroffen. Alter, Mann. Der braucht ewig zum Nachladen. Boah. Ich bin einfach so beschädigt. Ich hab nichts geschissen. Ich muss jetzt mal reparieren. Das dauert bei mir jetzt 36 Sekunden. Ja, ich brenne. Ich bin am Arsch. Alter. Ja, tschüss. Hast du mich gesehen? Ja. Wie ich die ganze Zeit da nichts machen konnte. Egal, ich hab ja mein bestes Panzer zum Schluss. Diese Ficker, Alter. Ich fahre jetzt durch die Stadt und dann wuchs ich die. Ich fahre hier auf die. Ein mittelischerer Panzer, Felix. Der fährt ganz außen rum. Wir sind noch voller Marsch. Die haben es von der Welt. Ja, ich werde abgeschossen. Ich dachte, du wolltest mitten durch die Stadt. Ja, ich werde abgeschossen. Die öffentliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. So, wen habe ich denn noch? Panzer 3E oder Panzer 3F? 34 Sekunden für Reparatur. Irgendwie rauche ich. Ja, irgendwie schon. Hast du irgendeine Rauchgranate oder so? Oh, rechts. Rechts fährt einer, ne? Albert. Ja, das war's. Richtig gelost, Alter. Nicht ein Kill, Mann. Die Tanks. Ich bin auch tot. Eine Runde noch. Wir müssen eine halbwegs erfolgreiche Runde jetzt machen. Die erste war ja ganz okay. Aber das war Bullshit. Ja, bla, mal springen. In die Schlacht. Ja, warte mal. Du musst Ersatzteile forschen. Und Feuerlöscher. Nein, was hab ich denn hier? Da bin ich mit dem doch noch gar nicht. Löscht Zeug. Das ist Teil, ja. Das ist Teil. Deine. Okay. am freitag nach lübeck und dann an die ostsee so oben oder unten mitten durch häuser kampf kann ja versuchen so die hauptstraße da also nicht außen ganz klar die straße sondern die daneben oben die zweite dickere dann dazwischen die häuser uns hinzukämpfen wenn die dann nach vorne fahren also zwischen a und b quasi wo bist du aufschlag anzureich eine hartkirche geschossen die machen natürlich so einen schaden hallo ja wo bist du ich mach da ja hinter dir ich schwamm jetzt meinen besten auch für den schluss auf das heißt du fährst jetzt mit dem oben den ich habe zweit bist fang jetzt erst mal den anderen nach wir sind hier durch diese häuser zwar drei punkte krass ich habe kein turbo ich habe kein turbo ja oh 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 es ist die häuser Gebündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Jo, buddy, guck wo du ihn fährst. Augen auf die ausgebiedenen Koordinaten. Was machen wir hier so Häuser-Kampf, jo? Ich weiß gar nicht, wo hier was ist, ey. Oh, hier ist einer. Hallo, Motherfucker, ich zieh'n ab. Alle, ich fahr zur Seite. Ist hier unbeschädigt? Dein Ernst? Gerade ausgereicht. Da hinten fahren die alle. Fuck you. Mal wieder weiter. Mhm. Der eine steht da an der Kante. Da, der vor. Mhm. Hallo, Motherfucker. Gut. Du bist durch die Flitze, steht hier. Alter, wir haben ja alle geraft, Mann. Wir fangen jetzt von hinten. Jetzt sind eigentlich vor uns, quasi. Vor uns stehen links. Hier links. Da hat's von den Häusern. Hello. Verwichtete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Oh shit. Was ist denn für'n Japs da, Alter? Der, der, äh, Mushi, der da? Aha. Hilfe, der ist unbeschädigt. Warum? Nicht zerstören. Komm, wir dürfen mal nicht durch. Unter mir? Mhm. Nein, da war der scheiß Puma, der ist mir ja schnell dahin. Pumpking. Augen auf die Karte! Ich glaub, wenn wir jetzt rechts rumfahren, dann, wenn wir die anderen kommen, spornen ja jetzt da hoch, wechseln wir schon mal nach. Zogol, Topic. Ich kann ihn hier nicht sehen. Oh, was war das? Kann ich hier nicht sehen. Ich hab' ihn auch schon einmal getroffen. Ich krieg' keinen schönen Punkt, Sophie. Ey, jetzt, ich auch nicht mehr. Ich hab' ihn einmal getroffen und das war's. Was ist denn? Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Ich glaub' jetzt wieder, jetzt. Oh, ich hab' ihn schon mal getroffen. Alter. Ah, ich hab' ihn nicht gesehen. Ja. Shit, das ist mir hier nicht zufrieden. Augen auf die ausgewiesenen Karte. Fick dich, du Rasslad. Bist du tot? Ja. Aber ich hab' fünf getroffen. Oh. Wo willst du lang? Hm? Warte, ich hab' das mal einsteigen. Ranbleiben! Der Sieg ist greifbar! Was ist das für'n dicker, wenn wir mal jetzt sind, wird kein Schaden gerieben. Ja. Was ist das für'n dicker, wenn wir mal jetzt sind, wird kein Schaden gerieben. Ich hab' ihn hier gelegt. Wir gewinnen, diesmal ja auch. Oh ja, 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 ja. Ich glaub' die haben mehr Flugzeuger als heute. Und, wie ist da ein Tank-Up-P? Warte auch, wenn wir nochmal von unten. Alter, die sexy Slides, nur ein Tokio-Cliff. Hier, bei C ist alles voll. Habe ich gerecht? Brecher. Habe ich gekriegt. Sehr gut. Das war wem? Jetzt um euch auch wem, wo sind die anderen? Spaß. Sie ist voll geil aus, oder? Das ist nicht der J. Oh Gott. Dann kann er den Sieg übernehmen. Ich lege es müssen welche sein, ne? Ja, da kommen auch nicht. Beste Staffel. Wo steht das? Stand, stand bei mir gerade. Wir waren die beste Staffel. Klar. Ein eigener Platz im Team 3. Ich war doch gar nicht auf eins. Boah, unsere Modarien, ey. Was ist denn das? Doppelschlag. Dreifachschlag. Verteidigung. Verteidigung. Bodeneinheit. Berlin für das Zerstörung des Spielers, der zuvor Staffelmitglied zerstört hat. Zerstörung ohne feindliche Fahrzeuge und eigene Verluste. Nächste Serie mal 6. 6 Kills ohne zu sterben. Hinterhaltsserie mal 4. Schusspunkt 2. Beste Staffel Auszeichnung. Berlin für das meiste Staffel in einer Schlacht. Stahlkulass. Wir haben ein Abzeichen gekriegt. Modell der grugarischen Panzertruppe. Trieche ist Treffer 3. Treffer 14. 6. Schlachtdauer. Überwie nun nur. Krass. Das ist kurz. Das ist. Also eine noch. Ne, 28. 50. Jetzt muss ich erstmal. Alles kaufen. Richtantrieb kaufen. Filter, PS, Motorleistung, Löschzeug. Verstärkung. Laut Besatzung der Gefechtsverbindung wird zu verstärken. Ich muss nur noch einen forschen und dann noch einen. Und dann kann ich schon den Tiger H1 forschen. Ich muss 5 weitere Fahrzeuge des Rangs 2 erforschen. Also okay. Also muss ich dann doch nochmal auf andere ausweichen. Sieht wohl so aus, wie? Naja. Ich schaff hier keine 5 in dem einen Rang mehr. Scheiße. Puh. Vielleicht war es darum so damals, dass ich 2 Bäume gefahren bin. Puh. Na gut. Dann warte ich erstmal den hier ab und dann nehme ich Sturmpanzer 2 und dann SD Kfz 2342 und dann den Marder. und dann muss ich ja nur noch 2 weitere. Und dann kann ich auch den Tiger H1. Was denn H1? Was ist denn H1? H. Ausführung H1. Bei welchem bist du Tiger H1? Ja. Bei welchem bist du Tiger H1? Das muss man dann wahrscheinlich... Egal. Maximale Effizienz 2 bis 4. Tiger E. Tiger 2 P. Tiger 2 H. Welchen kennt man denn aus dem ganz normalen Film? 10,5 cm Tiger 2 ja nicht. Man kennt ja den ganz normalen Tiger H1 oder nicht? Ja, man kennt den. Tiger E1. Ja. Der mit diesem flachen, also mit diesem 90 Grad Front. Also jetzt habe ich Panzer 3 und 1 und Panzer 4 F1, die beiden gleich weit geforscht. Jetzt muss man hier noch eben meine Besatzung mit Punkte verteilen. Das ist richtig behindert, Ladeschütze. Man kann zweimal machen und dann kostet die Nachladegeschwindigkeit schon richtig viel Geld. Wenn man gleich 100. Waffen und Logistik. Reparaturgeschwindigkeit. Das nennen wir. Du, 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 du. Okay. In die Schlacht. Hä? Krass. Hm, ja. Oh. Eine Waldschlacht. Drei Punkte. Lecker Vanillepudding. Hey. Hm. Mit welchem steigst du ein? Zweitbest. Panzer 3F. Ich spiele im Moment ja nur zwei. Den Panzer 4 und den Panzer 3. Der Sturmpanzer ist irgendwie kacke. Der ist nicht wirklich genug. Obwohl ich vorhin da mit zwei Killsquoten hatte. Oh Gott. Ähm. Ja, wir müssen ja wohl zu A, aber. Also so wie wir gespawnt sind. Mhm. Bis nach links. Und hier ist ein normales und in Höhe. Was ist denn? Wie erstmal die Locale in der Handlung der Radnen? Ja, ich kenne die Map. Ich kenne die Map. Was ist denn G? Ja, ich kenne die Map. Ich hab hier, ach so, das ist ne Nebelgranate, glaub ich. Ich wusste nicht, dass ich die hab. Das ist erforscht. Das ist richtig geil, das kenn ich. Dann kann man so in die Stadt reinfahren und so ein bisschen lustig. Und dort hier rüberschießen. Und die meisten schießen dann rüber. Wir müssen hier an der Kante lang vom Berg ziehen. Und dann wird's ein Arsch. Die schießen die schon mal richtig. Dann schießen wir erst mal rauf, dann wird er erst mal reißen. Dann lassen wir mal den da eben vorfahren. Hier hinter den Stein, komm. Na rüber. So, hier vorne ist weg. Wer schubst mich denn jetzt hier an? Ja, Treffer. Irgendeiner. Ne. Fuck you. Hm? Das wird schaust. Hier. 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 Ich kann nicht stehen, Martin. Ich verstehe doch nicht, aber ich kann nicht. Irgendetwas schubst mich hier mal an. Ne. Hier ist nichts. Ne, ich seh's ja, aber... Alter, da legt's hin. Alter, da legt's hin. Scheiß Fahrer ist geschehen. Ist alles voll, ey. Alter. Unser Motorraum wurde bestelligt. Unser Motorraum wurde bestelligt. Alter. Unser Motorraum wurde bestelligt. Alter, ich seh's ja nun mal. Er hat geschehen. Fein zerstört. Ich bin hin. I'm hin. Au. Oh. Was ist denn da? Ja. Was? Von wo schrift der denn? Was? War's der Flieger? Achso, ganz richtig. Ich hatte eine Scheißstelle. Alter, das ist immer gut, ey. Ja, ist ja gut, ich bin gleich wieder tot. Sie haben mich ja leider komplett entdeckt. Ich versuch's jetzt auch mal mit meinem Panzerjäger hier. Komischen lahmen Arsch. Und ich hab auf den einen dreimal geschossen, bevor der Tod war. Es kam gar kein Grünes Kreuz, nur mal weiß. Geschossen, geschossen. Es ist nichts passiert. Nothing happened. Ich folge dir. Ich weiß auch nicht, ob ich hier so rum sneaken kann. Also einer auf Lokkarte ist einer von uns durchgefahren. Der lebt auch noch. Ich bin nicht so schnell wie du. Nein! Ich fahr nur 24 kmh. Ja gut, ich fahr 34. Ich weiß nicht. Ich kann mich halt überhaupt nicht schnell drehen. Ich muss immer bei meinem ganzen Panzer drehen. Aber es ist geil, dass man auf die Details geachtet. Ich kann bei mir zum Beispiel durch so ein Gitter gucken. Und da drehen sich die Ventilatoren und so. An die Kühlung. So. Auf dem anderen beim Panzer. Ui, hier sind aber viele Wachs, wenn wir hier so zwischendurch gucken. Hier rechts, muss auch. Ich bin schon viel im Wachs. Vorne ist ja schon weh. Ist auch nicht. Ich will den Stein rumfahren. Der chillt da unten einfach nur unser Kamerad, ey. Muss gar nichts. Oh. Irgendwo auf der Karte sind vor uns welche. Ich seh sie nicht. Rechts von uns kommen auf jeden Fall welche. Ah. Ja, ich werde auch angeschossen. Scheiße. Jetzt kriege ich ja noch Artilleriefeuer, die Bastarde. Ach, ich höre sie. Wo ist der denn jetzt? Der ist hier direkt vorne, 10 Meter. Eieieieieiei. Fuck. Ich muss dir nicht lange nachladen. Scheiße. Oh, ich wurde vom Bomber. Ist das zerstört? Ernst? Ich bin noch ein. Das war's. Oder wurdest du auch nicht. Wurde ab wie vor. Lebst du noch? Nee. Ich wurde vom Flugzeug abgeschossen. Ich weiß nicht, aber anscheinend hat der Jäger mich abgeschossen. Bist du im Hangar wieder oder was? Nee. Komm da rein. Hm. Ich bin noch zu. Ja. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Du kommst. Vielen Dank.